Der sonnige Samstag schien gut zu laufen. Caroline und ihr Bruder hatten einen Tag am Pool geplant. Aber das Wetter hatte seine eigenen Pläne. Die Geschwister überprüften die Wettervorhersage und sahen eine Nachricht über einen Tornado, der über die Stadt kommen sollte. Nick beschloss, sich den Elementen zu stellen. Caroline klammert sich mit aller Kraft an den Stuhl. Aber die Natur ist stärker als der Teenager. Sie meint, sie sollten ein erfrischendes Bad im Pool nehmen. Nick kann überhaupt nicht schwimmen, es wird Zeit, dass er es lernt. Der Tornado wach ihnen umsichtigerweise einen Schwimmring zu. Und das ist noch nicht alles an Überraschungen heute. Ein Wind wehte ihnen ein Haus in den Hinterhof. Wow, davon haben die Geschwister nur geträumt. Es ist zwar ziemlich ramponiert, aber Nick und seine Schwester werden es wieder aufbauen. Mal sehen, wie sie sich in diesem Fall schlagen. Das muss das Haus von Spider-Man sein. Nein, er ist so unordentlich. Der gute alte Staubsauger wird sich um dieses Problem kümmern. Er hat noch nie ein so großes Durcheinander gesehen. Während Nicks Schwester mit dem Schmutz kämpfte, übernahm Nick die Rolle des Ingenieurs. Er hatte schon an alles gedacht. Aber der unkontrollierbare Staubsauger saugte alle Ideen aus dem Zukunftsgenie. Sieht so aus, als würde er jetzt nicht einmal mehr vom College träumen. Puh, Caroline hat's geschafft. Während er kein Hirn im Kopf hatte, konnte er nur denken, Dieses Land braucht eine Mauer. Nick sollte offensichtlich etwas Luft schnappen und den Müll rausbringen, während seine Schwester sich fertig macht. Oh, ist das Farbe? Das ist toll. Es ist an der Zeit, dem Haus seinen eigenen Stil zu geben. Sie hätten sich vorher absprechen sollen, was sie machen wollen. Nur dekorieren oder alle Wände konnten nicht streichen. Caroline hätte sich nicht so anstrengen sollen. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Herz auftaucht, taucht ein Typ auf und macht alles kaputt. Nach Nicks Plan sollte es gar keine Zeichnungen an den Wänden geben. Aber Caroline konnte ihn umstimmen. Das Leben besteht nicht selten aus Kompromissen. Und natürlich ist es wichtig, Spielpausen nicht zu vergessen. Wer kann besser zielen? Beide haben ein Schwarze getroffen. Streiten führt zu nichts. Wir müssen es schwieriger machen. Ein guter Schütze kann das Ziel treffen, ohne es überhaupt zu sehen. Aber sie haben vergessen, die Darts zu markieren. Woher sollen wir jetzt wissen, wer gewonnen hat? Komm schon, vielleicht kannst du helfen. Sag uns in den Kommentaren, wer deiner Meinung nach gewonnen hat. Sie werden es niemals selbst entscheiden können. Nick hat eine Plastikflasche gefunden und er weiß, was er damit machen kann. Schmeiß sie in den Müll. Aber sie lässt ihn nicht. Es gibt überhaupt keinen Platz mehr. Diskutiere nicht mit der Flasche, sondern finde eine Verwendung für sie. Es gibt nicht genug Licht im Haus. Du kannst einen coolen Kronlechter daraus machen. Das ist nicht schlecht. Aber Carolyn glaubt nicht, dass das genug ist. Sie hat einen Kilometer LED-Lichter mitgebracht. Das ist cool. Nick gibt ihr eine stehende Ovation. Unsere Bauherren haben Probleme. Carolyn kriegt ihren Kaugummi nicht ab. Ich frage mich, wie sie hierher kam. Carolyn sieht im Moment jemandem sehr ähnlich. Sie sieht wirklich aus wie ein Frosch. Sie hat keine Zeit, beleidigt zu sein. Aber es ist noch Zeit, eine lustige Froschgelande zu basteln. Und sie hat es geschafft. Sie hat sich aufgehängt und ist nun bereit, wütend auf ihren Bruder zu sein. Aber Nick kam, um sich zu entschuldigen. Er machte schwimmende Lilien für seine Schwester. Entschuldigung angenommen. Nick macht die Fehler eines Mannes so gut wett wie schöne Blumen. Sie sind wie Schiffe, die in einem Pool schwimmen. Die Geschwister können sich nicht mehr vertragen. Die Natur mag es offensichtlich nicht, wenn sie sich streiten. Du brauchst Ruhe und Harmonie, um eine angenehme Umgebung zu schaffen. Der Wind brachte Nick auf eine neue Idee. Dieser Stock hat es so gewollt. Es ist Zeit, ihm eine Karate-Stunde zu geben. Nick hat also noch nie Karate gemacht. Das hat er wohl vergessen. Nun, der Stock war stärker als er. Sein zerbrechlicher Arm ist gebrochen. Carolyn will auch Verrater ausprobieren. Sie hat ihren Bruder oft verprügelt. Wow, sie ist gefährlicher, als sie aussieht. Das ist irgendwie beängstigend. Carolyn bricht Stöcke wie Streichhölzer. Sie muss eine Menge unterdrückter Wut haben. Danach wird Nick keinen Streit mehr mit ihr anfangen. Carolyn beschloss, in der Speisekammer nach Vorräten zu suchen. Aber die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Hier gibt es ein seltsames Schloss. Es ist süchtig nach Social Media. Wenn du ihr keinen Daumen nach oben gibst, wird es sich nicht öffnen. Aber es bekommt nie genug davon. Hilf Carolyn, die Tür zu öffnen. Wie dieses Video. Carolyn ist zurück auf der Baustelle, aber jemand hat einen Haufen Kisten in das geheime Haus geschleppt. Sie gehören nicht hierher. Sieht aus, als hätten sie ihre Kraft überschätzt. Sie wurde von einem Tsunami aus Pappe getroffen. Es ist gut, dass ihr Bruder da war. Es stellte sich heraus, dass er derjenige war, der all diese Kisten mitgebracht hat. Es gibt einen Grund, warum sie hier sind. Nick hat große Pläne mit ihnen. Sie von Hand auseinanderzunehmen, ist zu langweilig. Es gibt einen viel besseren Weg. Wenn du sie richtig aufstellst und auf sie springst, werden sie sich wie von selbst zerlegen. Es macht wirklich Spaß. Carolyn will es auch versuchen. Aber so funktioniert es nicht für sie. Sie ist zu dünn, um das durchzuziehen. Okay, Zeit, ein paar gesunde Kilos zuzulegen. Einfach sitzen und essen. Sie verdrückt einen Burger und Cola. Und nun wurden die Kisten zerknittert. Die Kopfbögen sind fertig, also können wir jetzt einen bequemen Thron für Prinzessin Carolyn bauen. Es ist nicht leicht, ein Haus zu bauen. Nick macht ein Nickerchen, also ist es Zeit für einen Streich. Ich frage mich, wovon er träumt. Nun, natürlich von einem Date mit Kat. Seine Träume sind der einzige Ort, an dem sie weiß, dass er existiert. Ihr erster Kuss. Was kann da schon schief gehen? Vielleicht ist Kat plötzlich ein Schnurrbart gewachsen. Jetzt sieht sie aus wie eine Schulbusfahrerin. Nicks kleine Schwester und ihre kleine Scherzkeksassistentin haben Nicks Traum ruiniert. Triff her, ein Hamster. Nick hat Angst vor Nagetieren. Und seine Schwester liebt sie. Carolyn mag Blumen, wie der Nachbar einmal erfuhr. Sie sucht nach einem Platz für das stinkende Geschenk. Es ist ja nicht so, dass man es irgendwo unterbringen könnte. Das ist eine Aufgabe für ihren großen Bruder. Er braucht ein Stück Plexiglas, das Vertrauen seiner Schwester und ein wenig Zeit. Carolyn findet, dass es gar nicht wie ein Tisch aussieht. Nick ist also noch nicht fertig. Der durchsichtige Würfel verwandelt sich direkt vor deinen Augen in den perfekten Blumentisch. Aber das Problem ist, dass Carolins Strauß bereits verwelkt ist. Sie ist kurz davor zu weinen. Nick hat ihn sofort repariert, damit sie nicht anfängt, einen Anfall zu bekommen. Sie ist glücklich. Sie hat den besten Bruder der Welt. Carolyn ist eine Ernährungsberaterin, die ihren Morgen mit einem frisch gepressten Fruchtsaft beginnt. Nick hat ein ganz anderes Menü. Er bevorzugt Pommes frites und Cola zum Frühstück. Carolyn wird nicht zulassen, dass er seine Gesundheit ruiniert. Er sollte frisches Obst direkt aus dem Mixer probieren. Das gibt dir Energie für den Rest des Tages. Aber Nick ist unverbesserlich. Er beschließt Pommes frites, einen Schokoriegel und Cola zu mischen. Offensichtlich hat er alles falsch verstanden. Aber über Geschmack kann man sich nicht steuten. Und es ist sinnlos, Nick irgendetwas zu erklären. Nick hat eine besondere Überraschung für seine Schwester. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, seinen Namen in Schlamm zu schreiben? Carolyn konnte ihre Tränen vor Glück nicht zurückhalten. Oh, sieh mal, das Gras beginnt zu wachsen. Die Freudentränen können nützlich sein. Jetzt kennt die Natur ihren Namen. Und alle Gäste werden wissen, wessen Haus das ist. Oh, Nick hat eine Nachricht von Kat bekommen. Sie bittet ihn um ein Date. Das Abendessen muss perfekt sein. Carolyn wird ihrem Bruder bei den Vorbereitungen helfen. Vergiss den Blumenstrauß nicht. Ein Date ohne Blumen ist ein unverzeihlicher Fehler. Carolyn arbeitete an ihrem Haus, als die Natur ihr in die Schwere kam. Der ganze Müll aus der Nachbarschaft wurde in Carolins Hinterhof getragen. Ihr kleines Haus ist wie eine Müllhalde. Die Reinigung wird nie enden. Aber du kannst auch nicht im Müll leben. Carolyn wird alles wieder zusammensetzen müssen. Oh, 100 Mäuse, cool. Es dauerte 8 Stunden, bis sie mit dem Aufräumen fertig war. Jetzt muss nur noch der Müll rausgebracht werden. Aber heutzutage machen sie keine guten Taschen mehr. Carolins Geduld ist am Ende. Sie wird es wieder aufsaugen müssen. Oh, das ist eine Menge. Hoffentlich hat sie genug Platz im Staubsauger. Der Müll wird gesammelt. Schalte jetzt den Plastik-Recycling-Modus ein. Wir warten stundenlang und sie fahren unbemerkt vorbei. Und schon ist es geschafft. Du kannst ihn rausnehmen. Der ganze Müll hat sich in einen coolen Vorhang verwandelt. Ein paar freundliche Aufkleber sind sehr hilfreich. Das sind Carolins Lieblingsfiguren. Aber diese Karikaturen sind in den meisten Ländern verboten. Zwei Fenster bedeuten zwei Vorhänge. Carolyn hat das toll gemacht, ganz allein. Der Nachbar fuhr schon lange einen Dodge Charger und Carolyn ließ sich einen Reifen von ihm. Sie könnte natürlich auch ein stabiles Seil und natürlich eine hübsche Weise verwenden. Was wird sie tun? Das ist sehr interessant. Oh, sie hat ein schönes Blumenbeet gemacht. Und das ist der Nachbar, der nach seinem fehlenden Reifen sucht. Aber die kleine Carolyn hat ihn nicht gesehen und hat keine Ahnung, wo er sein könnte. Ihr Blumenbeet hat seine Aufmerksamkeit erregt und sie kann überhaupt nicht lügen. Aber sie gibt nicht auf. Der Nachbar ist nur allergisch gegen Blumen. Er sollte sich besser von den Blumenbeeten fernhalten und sein Auto im Auge behalten. Die Kinder aus der Nachbarschaft spielen gerne Ball. Und der fliegt meistens in Carolins Hinterhof. Man muss ihnen eine Lektion erteilen. Sie sollte ihnen den Ball wegnehmen, dann haben sie nichts mehr, womit sie spielen können. In der Hütte gibt es eine neue Blumenampel. Aber sie ist schön und umweltfreundlich zugleich. Carolyn kann endlich in Ruhe ihre Pfirsiche genießen. Sie sind so lecker, aber nun hat sie die Fasern davon zwischen ihren Zähnen. Dafür gibt es Zahnseide. Und Mrs. Wilson, die Postbotin, ist immer pünktlich. Immer steckt sie ihre Nase rein. Sie könnte... Carolyn wird ihr ein paar Manieren beibringen. Sie lacht sogar über die Tatsache, dass das Haus keine Tür hat. Das ist eine schnelle Lösung. Eine Efeu-Mauer. Jetzt kann sich die Postbotin nicht mehr auf Carolins Privatgrundstück schleichen. Nimm das. Die Nachbarin kann sich nicht von dem Sturz erholen. Das nenne ich Gastfreundschaft. Auf, hier ist deine Zeitung. Auf Wiedersehen, Miss Wilson. Und die Zeitschriften werden auch noch nützlich sein. Caroline liest nur Witze und diese hat sie schon alle gelesen. Es ist Zeit, sich zu amüsieren und ein bisschen zu arbeiten. Wir brauchen einen guten Zaun, damit die Hunde der Nachbarn nicht herumlaufen. Jetzt müssen wir ihn nur noch installieren. Ein bisschen Platz, aber natürlich nicht ohne Magie. Und was möchtest du noch bestellen? Großartig! Ein weiterer Pizza-Lieferant. Toll! Er verlangt Trinkgeld. Caroline gibt nicht mehr als Prozente und das bleibt auch so. Ich werde ihn mit einem imaginären Pitbull erschrecken müssen. Oh Mann, wenn ich der Lieferjunge wäre, werde ich abhauen. Er hat es ihr abgekauft. Danke, Baby. Wer ist ein guter Junge? Caroline hat Angst, also versteckt sie sich im Haus. Auf ihrem Grundstück steht ein verdächtiger Mann mit einem Hut. Das ist der Detektiv, der nach dem verlorenen Häuschen dieses armen Mädchens sucht. Caroline ist noch nicht bereit, sich von ihm zu verabschieden. Dieser Detektiv klingt wie ein echter Profi. Sie will nicht in einem Hundezwinger leben. Man kann sie bis nach Phoenix weinen hören. Eine Wand aus Efeu erregt die Aufmerksamkeit des Detektivs. So hat er Caroline gefunden. Wird sie zwangsgeräumt werden? Ist das überhaupt legal? Sie werden nicht weinerlich und erfärmlich. Caroline weiß nicht, was sie tun soll. Sie hat ihr kleines Haus schon eingerichtet, aber es gehört diesem Mädchen. Was willst du davon, es ihr zurückzugeben? Oder sollte Caroline es einfach behalten? Stimmt in den Kommentaren ab. Carolines Leben ist vorbei. Ihr Freund hat mit ihr Schluss gemacht. Sie wird ihr gebrochenes Herz mit Süßigkeiten heilen müssen. Wer kümmert sich jetzt um ihre Zähne? Sogar ihre kleine Schwester ist verärgert. Molly weiß, wie sie Caroline aufmuntern kann. Wie wäre es, wenn wir ein geheimes Süßigkeitenzimmer bauen? Das hat Caroline sofort wachgerüttelt. Molly hat ein Regal gebaut und nun stellt sie die Stühle fertig. Oh ja. Dies ist der wilde Westen und Caroline jagt die Köpfe der Männer, die ihre Mädchen verlassen. Molly würde alles tun, um sie vom Weinen abzuhalten. Kerle entplant, wie sie dekorieren soll. Und ihre Schwester hat viele Meinungen. Du bist zu jung, um eine Meinung zu haben. Aber beide sind sich einig, dass die Mauer essbar sein sollte. Los geht's. Sie haben alle Süßwarenläden in der Gegend aufgekauft. Wenigstens haben sie jetzt viel zu essen. Und sie dekorieren sogar alles damit. Lasst uns feiern. Aber womit sollen wir anfangen? Skittles, Macarons oder Bonbons? Kommentiere deine Wahl weiter unten. Caroline hat altes Spielzeug durchgesehen und eine Wasserpistole gefunden. Hände hoch. Nicht einmal ein Handtuch kann dich retten. Diese Waffe kann nicht mehr schießen. Das ist auch nicht nötig. Aber Molly wird das nicht auf sich beruhen lassen. Auge um Auge. Molly liebt Süßigkeiten. Sie helfen ihr, sich zu konzentrieren. Ups. Der Boden liebt sie aber auch. Gib sie zurück. Ich werde sie mir zurückholen. Jetzt gibt es einen Fleck. Aber der Teppich verdeckt sie. Das ist das perfekte Verbrechen. Ein ganzes Paket mit Donuts. Wird Molly sie alle essen? Was ist mit Caroline? Molly hat sich inspirieren lassen und einen coolen Spiegel gebastelt. Für beide. Caroline kann nicht widerstehen. Während Molly dekoriert, hat Caroline gemampt. Und sie stellte die Kiste zurück. Sie hat sich hinreißen lassen. Gut, dass sie die Schachtel nicht auch noch gegessen hat. Milchandkekse sind wie Meditation. Aber es sind nicht unendlich viele Kekse da. Molly wird immer angespannter. Sie hat ihrer großen Schwester geholfen. Und jetzt kann Caroline ihr helfen. Das ist ein riesiger Keks. Er passt nicht einmal ins Glas. Und Mollys Mund ist zu klein. Dieser Keks braucht einen ganzen Pool. Und die ganze Milch im Haus. Wir mussten sogar welche vom Nachbarn klauen. Es ist alles für dich, Molly. Caroline hat einen in einen Eiskremekübel gepflanzt. Sieht süß aus. Molly will, dass alles hier drin süß ist. Sogar die Pflanzen. Die Limonade trägt Früchte. Lass sie uns ernten. Und teilen. Caroline hat einen riesigen Macaron aus Modelliermasse gemacht. Und Molly hat versucht, von ihm abzubeißen. Sie klebt dran wie Kaugummi an der Unterseite von brandneuen Turnschuhen. Das kannst du nicht essen. Molly ist noch nicht fertig mit ihm. Das war erst die erste Runde. Das Licht ist kaputt. Ich hatte nicht mit Eiscreme Regen gerechnet. Caroline ist so unordentlich. Aber sie ist bereit, mitzuhelfen. Es geht schneller und macht mehr Spaß, wenn wir zusammenarbeiten. Ein Eis am Stiel ist großartig. Es ist wunderschön. Oh, da ist eine Rosine. Der Raum macht sich gut. Caroline ist beim Kaugummi-Kauen hängen geblieben. Und jetzt sitzt sie fest. Nur Molly kann ihr helfen, da rauszukommen. Kaugummi ist ihre Spezialität. Alle gewinnen. Keine Skittles mehr zu haben, ist eine schlechte Nachricht. Jemand hat zu viel gegessen. Caroline wird die Verbrecher fangen. Diesem Bild werden sie nicht widerstehen können. Und jetzt kommt's. Molly versucht, sich ihren Weg zu den Süßigkeiten zu lecken. Die Mädchen gaben ihr ganzes Geld für Süßigkeiten aus. Sie haben jetzt keins mehr. Aber Molly hat einen Plan. Die Zahnfee hat Geld. Wir können sie einfach austricksen. Aber anstelle eines Zahns nehmen wir Omas Gebiss. Das ist eine tolle Idee. Wir werden reich sein. Großmutters Gebiss ist unbezahlbar. Aber wir geben uns mit einem Scheck zufrieden. Die Mädchen wollen ihr eigenes Karamell herstellen. Sie brauchen eine ganze Menge Zucker. Das könnte gefährlich werden. Aber der Versuch, sie umzustimmen, ist sinnlos. Die Mädchen verlieren die Kontrolle. Nur ein Tropfen hat Molly wie ein Glitz aufgeladen. Sie ist nicht wieder zu erkennen. Sie ist wie der Duracell-Hase. Zu viel Zucker, ganz klar. Du brauchst einen Kaffee und ein paar Süßigkeiten. Karoline hat ihren Ex vergessen und schreibt jetzt einem neuen Typen eine Nachricht. Währenddessen stiehlt Molly ihre Süßigkeiten. Aber vielleicht ist es an der Zeit, sich wirklich an die Arbeit zu machen. Das süße Zimmer baut sich nicht von selbst. Wir benutzen Nutella als Zement. Das hält viel besser. Karoline schützt sich mit einer süßen Mauer. Jetzt sind ihre Süßigkeiten sicher. Ups. Molly isst Nutella und Zügelsteine. Wird sie als nächstes Karoline fressen? Der Laptop passt nicht in den Raum. Das ist das Ende der Welt. Aber Karoline kann das in Ordnung bringen. Wunder Aufkleber machen ihren Laptop noch süßer. So ist es besser. Aber natürlich ist Molly hier, um alles zu verderben. Sie kommt ihr immer in die Quere. Sie hat den Laptop und die Aufkleber ruiniert. Vielleicht haben wir zu viele Süßigkeiten gegessen. Mein Bauch tut weh. Molly hat eine Idee, wie du gesünder werden kannst. Süßigkeiten am Stiel sind eine tolle Motivation. Karoline hätte diese Idee unterstützen sollen. Wir müssen sie patentieren lassen. Karoline ist noch nie so schnell gelaufen. Als sie auf der Zielgeraden war, stellte sich heraus, dass die Süßigkeiten nur eine Lüge waren. Da Karoline mit den Süßigkeiten aufhört, sollte Molly das abtun. Salz anstelle von Zucker wird das Rezept stark verändern. Molly schöpft keinen Verdacht. Es riecht gut. Darf ich probieren? Was ist das für ein komischer Geschmack? Willst du etwas Süßes? Molly hat dazu noch nie Nein gesagt. Aber das ist ein sehr, sehr saures Bonbon. Zu viele Süßigkeiten sind tatsächlich schlecht für deine Zähne. Und die Zahnschmerzen sind unerträglich. Papa ist mit den Mädchen zum Zahnarzt gegangen. Und jetzt wird die Zahnfee nie mehr zurückkommen. Hoffen wir, dass sie ihre Lektionen gelernt haben. Keine Süßigkeiten mehr. Nur gesundes Essen. Wir müssen auch das Zimmer umgestalten. Passend zu Papas Lieblings Spiel Plants vs. Zombies. Karoline und ihre Cousine Molly haben gerade ein cooles Geheimzimmer auf Instagram gesehen. Und jetzt wollen sie auch eins haben. Karoline ist reich, also kann sie sich die besten Baumaterialien leisten. Aber es ist nicht einfach, sie hochzuheben. Sie wird ihre Cousine um Hilfe bitten müssen. Molly hat noch nie viel Geld gehabt. Aber sie ist freundlich und hilfsbereit. Und ihre Cousine nutzt das immer aus. Molly tut alles für sie. Karoline nutzt sie nur aus. Und bezahlt sie in Naturalien. Molly kämpft damit, es allein zu schaffen. Und Karoline hat nicht vor zu helfen. Sie muss ihr eigenes Zimmer schön machen. Molly ist enttäuscht von ihr. Die Innendekoration kann die Stimmung wirklich beeinflussen. Karoline möchte, dass es reich aussieht. Und Molly muss Karolines Abfälle verwenden. Das Ergebnis ist mindestens genauso gut. Karoline ist wütend. jeder braucht Regale in seinem Zimmer. Karolin bewahrt hier ihre teuren Accessoires und Diademe auf. Und sie behandelt Mollies Zimmer wie einen Mülleimer. Das ist frustrierend. Mollies Kreativität hilft ihr Karolines Müll für etwas Gutes zu verwenden. Sie kann eine normale Schachtel mit etwas Farbe in etwas Tolles verwandeln. Das sieht so schön aus. Wenn du viel Geld hast, kannst du dir alle Arten von Beleuchtung leisten. Wie wird Molly ihr Zimmer beleuchten? Nun, nicht alles muss beleuchtet werden, oder? Das liegt an Molly. Bald hat ihr Zimmer coole Lichter, die sich nicht einmal Karoline leisten kann. Nach Mollies kleiner Bastelei wird sie im Dunkeln duschen müssen. Molly geht auf der Suche nach Schätzen in den Keller. Es müssen eine Menge guter Sachen hier drin sein. Wozu ist dieser alte Koffer gut? Was hat sie vor? Das werden wir gleich sehen. Da ist noch ein Koffer drin. Der kann nicht für ihr neues Zimmer sein. Es sei denn, sie verwandelt ihn in einen Stuhl. Er ist nicht sehr bequem. Aber Molly ist so kreativ, dass sie alles in etwas Hübsches für ihr Zimmer verwandeln kann. Das ist eigentlich ein Kopfkissen. Fantastisch. Karoline ist neidisch. Also bestellt sie eine Menge süßer Kuschelkissen für ihr Zimmer. Und die arme Molly muss sich mit ihrem alten Schrott zufrieden geben. Sie sieht aus wie eine traurige kleine graue Maus. Und Karoline ist wie die Katze, die gleich die Sahne bekommt. Karoline kann sich einen coolen Schreibtisch mit einem Laptop leisten. Das ist ihre Chill-Ecke. Jetzt kann sie in ihrem neuen Zimmer Troom Troom Trick-Videos anschauen. Molly ist so gelangweilt, dass sie sich neue Ideen ausdenkt. Sie benutzt alles, was sie finden kann. Sie hat einen Schreibtisch aus einer Mülltonne gebaut. Da sie sich keinen Laptop leisten kann, wird sich Karoline entscheiden, großzügig zu teilen. Molly hat immer wieder neue Ideen. Sie kann ein Teleskop bauen aus Toilettenpapier und Pappe. Karoline braucht kein Bastelmaterial. Sie kann einfach neue Sachen kaufen. Sie stichelt gerne gegen die arme Molly. Vielleicht hat Molly einfach keine Fantasie. Molly muss sich etwas ausdenken, das Karoline nicht kaufen kann. Wenn sie ihr Haus erkundet, kann sie vielleicht etwas Cooles finden. Sie kann ein Seil und Wäscheklammern benutzen. Karoline glaubt nicht, dass es klappen wird. Ein großer Fehler. Schau dir diese Fotoausstellung an. Karoline ist nicht beeindruckt. Sie hat einen Projektor gekauft, um ihre Bilder zu zeigen. Mollys Idee kann dagegen nicht anstinken. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal bei Troom Troom Chick. take... Untertitelung des ZDF, 2020